WUH! KUKUH! JA NEIN! NEIN! FIGG DICH JUNGE! Bist du noch ganz am Anfang oder was? Ich bin immer noch ganz am Anfang. Hey! Hallo! Bananen Kondom GG. NEIN TRAIL! Das Rampenauto, du bist der Phantom. Los, komm. Okay, du hast gewonnen. Oh nein. So ein LKW ist hier gerade. Oh nein. Er gibt alles. JA! Oh nein. Nein! Phantom! Hey! Komm mal jetzt Marvin. Ey! Die Leute warten jetzt die ganze Zeit auf mich. Und ey, ich komm einfach nicht weiter. So. Nein, 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 nein. Dann wird jetzt alles orange weg. Nein! 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 Alle auf Marvin! Los! Alle auf Marvin! Los! Los! Alle auf Marvin! Ey! Ey, Digga, du bist so ein Hurensohn. Wer war das? Ja, Digga! Übertreib doch gleich! Ja, ey! Ich bin vor dem Punkt! Vorwarnungspunkt! Der Typ mit seinem komischen LKW mit der Rampe vorne dran rappt mich weg. Ich bin runter. Ich fang wieder beim Spawn an. Das H Word ist verboten. Ey! Ich bin beim scheiß zweiten Punkt, Junge! Halt die Schnauze mit das H Word ist verboten! Wir zocken jetzt Face-to-Face mit Hot oder Schrott gebündelt in einer Map zusammen. Alter, was? Mit 28 Leuten im Stream. Face-to-Face, good or bad. Nice, Digga. Das kommt auf jeden Fall auf unserem Hauptkanal. Tray, kannst das mal schön für uns schneiden. Dankeschön! Dankeschön! Boah, das war nice! Danke! Okay, Digga, wollen wir uns jetzt absprechen. Einer nimmt immer rechts, der andere immer links, damit wir wirklich auf jeden Fall alle Autos sehen. Also eigentlich würde ich sagen, können wir gerne machen. Ja. Aber aus der Erfahrung heraus beende ich die Rennen meistens nicht und bin irgendwie acht Runden hinten. Deswegen könnte das schwierig werden. Okay, sag, was willst du haben? Immer links oder immer rechts? Äh, achso. Ja, cool. Wir wollen das machen. Ich nehme links. Dann einfach, ne? Ja, weil der ist links, aber das scheißigere ist. Leute, durch die Mitte? Komm alle durch die Mitte! Durch die Mitte! Ja! Ja! Zum Sack! Alter, nice! Boah, das wird ein geiles Ding, glaube ich. Ball an, Kondom, Junge! Lass mir so richtig einen Pfopfen reinmachen. Ich habe eine scheiß Karre genommen. Ja! Da ist einfach ein Loch drinnen! Hä, das ist ein Loch? GG, Alter! Wo ist da ein Loch? Loch, da! Gehen Sie nicht über Start. Feine 4.000 Euro ein. Ich habe es auch gerade erst gesehen, wie geil! Okay, warte mal. Wie oft hin und her fahren? Ich habe so eine langsame Scheißkarre genommen für den Anfang. Ich habe genau die gleiche. Digga, was musst du alles machen? Ich dachte, es ist scheißegal. Hier einfach irgendeine Karre. Und alle anderen haben irgendwelche richtig geilen Sportkarren und ich mit diesem Rallye-Ding, was einfach mies langsam ist. Oh mein Gott. Okay. Halt, stopp, aufpassen auf die Löcher. Wo sind die? Da ist eins. Okay, Deko, du wirst auf jeden Fall schon mal was geiles haben. Hast du Scheiße bekommen oder was? Ich bin rechts gefahren. Hä? Oh, dann wirst du die Scheiße haben. Es tut mir leid. Ey! Deko! Mangoton! Warum Mangoton? Ich stream doch. Wieso schreibt jemand Mavi? Habe ich da schon irgendwen auseinander genommen? Ich habe es nicht mehr mitbekommen. Hallo! Wie geil! Okay, jetzt hier. Ich fahre links lang. Ja! Wuh! Kuckuckuck! Ja, nein! 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 F*** dich, Junge! Ich habe nicht mehr gesehen, wer das war. Ey, genau vorm Punkt. Ich bin jetzt wieder aufs Start. Dankeschön! Es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Aber das ist auch eiskalt mit Rampenauto. Weißt du, was ich jetzt mache? Gibt es das Rampenauto und den Disco Truck oder was? Digga, wir machen jetzt eine Bro-Runde mal. Soweit ich sehe, helfe ich dir. Ich bin nämlich das Rampenauto. Wie kannst du das Rampenauto bekommen und dann sagen, ich glaube ich muss schlechte? Ja, weil ich dachte, ich wäre links gefahren. Ja! Was, Deko? Ja! Soll ich zurückfahren? Keine Ahnung, Alter. Bringt das was? Keine Ahnung. Ja, ich... Bringt eh nicht, bringt eh nichts. Digga, dass ich aber auch schon wieder direkt vom Punkt geholt werde, Alter! Nein! Oh, das ist so entspannend. Jaaaa! Lass mich jetzt zum ersten Punkt kommen, Alter! Der ist hier mit seinem Disco-Wagen redet ja verzweifelt vor dem Hausortierer, ey. Oh, hallo! Bananen-Kondom, GG, ey. Nein, Trail! Was? Hat er dich umgebracht? Alter, ich bin auf der Strecke wieder gelandet, aber richtig knapp. Ey, Trail, ne? Ich schwöre, die Gehaltskürzung ist einfach schon da, Alter. Digga, es gibt kein Gehalt mehr für diesen Jungen. Digga, die 1,5-Corona-Hilfe kann sich direkt zurückweisen, ey. Please! Okay, ja, ich bin, äh, Tricky-Disco-Truck. Ah, ich weiß ganz genau, was als nächstes kommt. Tricky-Disco-Trick-Trick-Trick-Trick-Trick-Trick-Trick-Trick-Trick-Trick-Trick-Trick-Trick-Trick-Trick-Trick-Trick-Trick-Trick-Trick-Trick-Trick-Trick-Trick-Trick-Trick-Trick-Trick. Oh, hier, dauert jetzt 8 Jahre. Oh Gott! Wir können dich nicht weghauen. Darin geht schonmal alles Cello. Was, nicht? Nee. Okay, find ich gut. Und ich kann jetzt schonmal sagen, ganz am Anfang war das die Möglichkeit, über eine Rampe zu fliegen. fahren. Ich mach das mit diesem Billo-Karren nicht mehr. So viel kann ich dir sagen. Ja, Florian kommt hier mit seinen Theorien hier raus. Also Face-to-Face ist ja eigentlich immer glückabhängig, aber Deko ist trotzdem immer hinten. Wo bist du denn? Bist du schon noch auf dem Heimweg? Wenn ich immer, wenn ich einfach immer zwei Meter vom Pump runtergeballert werde, was soll ich machen? Das Ding ist ja auch, dass die Leute mich immer fokussen. Ich erinnere als letzte Face-to-Face, wo ich eiskalt noch runtergestoßen werde von der Plattform. Das war bei mir aber genauso. Ja, aber nur einmal und nicht zweimal. Okay, Dicke, wenn du jetzt richtig fährst... Dicke, ich komm durch die Kacke nicht durch hier. Meine Karre ist zu breit. Bist du der Liberator? Bist du noch ganz am Anfang oder was? Ich bin immer noch ganz am Anfang nach dir. Hey, jetzt verpiss dich doch! Er blockt mich hier noch, ey. Ich war schon fast durch, man. Ich glaub, dann kommt die eh nicht durch. Oh mein Gott. Hier ist meine Brille ab, man. Die bringt mir Pech. Ich bin endlich am ersten Aussortierer vorbei. Okay. Hier ist meine Brille wieder auf. Alter! Ihr habt jetzt so'n scheiß Golfcaddy, oder was? Krottel. Wo sind die Speeds? Er sagt, Golfcaddy, das ist so'n Safari-Tour-Auto. Was ist los mit dir? Das sah so klein aus im Vergleich zu meinem Disco-Worten. Safari, Safari. Oh, Trey ist hinter mir, hallo! Ja! Oh! Nein! Hallo! Hallo! Nein! Nein! Bitte nicht! Bitte nicht! Nein! Ey! Armin, siehst du das? Nee. Bist du in dem Loch drin, oder was? Nein. Soll ich zu dir kommen? Wo bist du denn? Ja, komm zurück. Okay, warte, ich komm zurück. Wo bist du? Ey, Junge. Kann ich noch hin? Ich komm zum Strahl, Alter! Wer war das gerade? Ach so, da hinter bist du. Geil. Ey, ich bin einfach wieder lost, ey. Warte. Ich bin einfach wieder lost. Hallo! Digga, wie kann man so'n Glück haben wie ich, dass ich so zuverlässig bei Face-to-Face immer auf die Schnauze kriege, Alter. Ah, mir gusta, mir gusta. Digga, wie... Digga, ich ramme mit meinem Riesen-Klopper dieses kleine scheiß Safari-Auto von Marvin. Und ich bin nicht einfach acht Kilometer und ich bin nicht gegangen. Aber das lag daran, dass er genau an dem Punkt ein Speed war. Ja. Digga, mein Safari-Auto, wie das aussieht. Nein, nein, nein! Nein, nein, Deko, nein, 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 nein! Ralf! Hä, warum? Ralf! Ich bin doch gar nicht da, aber sagst du Deko, Alter. Ja, alle blauen Busse sind für mich Deko, hallo. Ey, Junge, diese Karre! Ich hab fünf Minuten nicht mal den zweiten Punkt angesammelt, ne? Digga, Trey will mich schon wieder nerven, ey, Junge. Er ist immer wieder so typisch, ey. Hallo! Mach ihn fertig, los! Ja! Fickie Disco! Grab nicht mich wieder runter, Alter, ich bin hier durch, Frieden! Ja! Ey, Frieden auf der Erde, für alle! Oh mein, ey! Digga, ich hab's über Kackst! Die Schnauze, Alter! Nein, ich mein jetzt ihr Extreme-Gamer! Genau, Extreme-Gamer war das! Extreme-Gamer darf verkacken! Nein! Nein! Ey, Junge! Was? Was ist da passiert, Alter? Was ist da passiert? Digga, was geht hier ab, Mann? Ey! Bitte, bitte! Ey, Extreme-Gamer laufe ich doch nicht voll! Überzieh dich doch einfach! Digga, da ist schon jemand in Panto unterwegs! Ja, Panto hab ich auch gerade gesehen, der kam gerade von mir vorbei. Aha! Nein, hier kommt Panzer! Fickt euch mit eurem Panzer an! Wenn ihr mich jetzt nach vorn Punkt wegrampt, Alter! Alter, nein! Alter, Fierig! Stil vorbei! Frieden! Ey! Ich bin so kurz vorm Ziel, Alter! So kurz davor! Junge, verpiss nicht mit deinem Panzer! Geh woanders hin! Such dir auch abies, Junge! Oh, komm, bitte, bitte! Ich muss den mal rechts nehmen! Nein! Okay! Nein! Komm, bitte! Oh! Nein, 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 nein! Oh, was ist Klaus? Oh! 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 Oh, bitte nicht! Oh! Oh! Hallo! Oh... Bitte, nur auch gerade Ausfahrt! Oh! Ich muss immer links nehmen, ne? Du musst immer links nehmen, ganz genau! Und wir nehmen mal Fahrtrichtung links, ne? Ach so, natürlich! Warte jetzt vom Spawn aus... Ey! Hey, Digga, du bist so ein Hurensohn. Wer war das? Ja, Digga, übertreib doch gleich. Ja, ey, ich bin vor dem Punkt, vor dem Warnungspunkt. Der Typ mit seinem komischen LKW mit der Rampe vor ihm dran, rappt mich weg. Ich bin runter, ich fang wieder beim Spawn an. Das H-Wort ist verboten. Ich bin beim scheiß zweiten Punkt, Junge. Halt die Störze mit das H-Wort ist verboten. Achso, du bist wirklich immer noch der Bus. Ja, genau vor dem Verwandler, dann kriegt er mich runter. Das H-Wort ist verboten. Seine Mutter, Alter. Ey, warum immer ich, Alter. Lass mich doch einfach mal zumindest so ein bisschen weiterkommen. Okay, warte, ich supporte dich jetzt. Ich hoffe, dass ich gleich aufschließen kann. Phantom, verpiss dich, ey. Auf welchem Platz bist du? Ah, du bist vorletzter, das geht also noch. Ich bin, das geht dann. Das geht dann, vorletzter. Ja, vorletzter ist nicht letzter, ne? Ja, toll. Optimistisch bleiben, ja. Ich habe Probleme, um L zu sein, optimistisch zu bleiben. Digga, was ist hier los? Ich will jetzt den Namen wissen von dem Chaco, der mich hier gerade weggerammt hat, ey. Oh, by the way, jetzt bin ich letzter. Ich fahre jetzt hier woanders lang, das wird so blöd. Ich fahre jetzt hier lang. Der orangene, der orangene, scheiß, motherfucking, ähm, Lkw kackt. Könnte das der hier gewesen sein, Max? Ja, Digga, die wollen auf dich draufgehen, die zwei Panzer, ihr könnt gar nichts. Trail! Minderficker, Alter. Oh, hat er verkackt? Okay, ich habe ihn auf, ne, wenn du einen orangene siehst, der heißt, glaube ich, Maxim irgendwas. Fick ihn weg, zerstöre ihn, zerstöre ihn. Das ist der Panto, das ist der Panto. Der ist gerade nicht vorbeigefahren. Der hat sich verwandelt, ach, der mich runtergekickt hat. Der hat auch mit dem Lkw auf mich gewartet, da im Verwandlungspunkt. Hab mich runtergekickt und sich dann verwandelt. Also, hier kommt mir ja sonst nichts Orangenes entgegen. Das heißt, es muss ja er gewesen sein. Ja, aber du warst es nicht. Achso. Nein, 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 nein. Dann wird jetzt alles Orangenes weg. Ey! Nein! Ah! Ich habe schon wieder so Bock auf Face to Face. Wie geil, ey. Ich würde dich gleich gerne zu formen. Ey, die letzten zehn Meter vor der Verwandlungspunkt schon wieder. Der Liberator kommt mir entgegen, rampt mich, ich fliege runter. Ah, da ist er! Maxim ist wieder der Panto. Ey, ganz ehrlich. Ich war ein Kondom! Ahem, hallo. Kein Name aber auch wieder. Ah, da bist du jetzt am Anfang gerade, Deko. Ich fang gerade wieder neu an, ja. Okay, ja, dann fahren wir zusammen. Und ich bin letzter. Bist du das hier? Ich bin easy letzter. Bist du das hier? Ja, das bin ich. Ah, okay, dann fahren wir jetzt zusammen, komm. Ja! Ey, Junge, ich will einfach nicht mehr. Ich wünsche dir jetzt dieses scheiß Warrap-Match-Spieler. Schatzes. Auf, auf. Nein! Nein! Ich bin auch noch drauf, ja! Los, komm! Ah! Hab hinterher, los, wir schaffen das jetzt. Ich will nicht mehr. Ey, Junge, Trail, willst du mich nicht verarschen, Leute? Hast du's geschafft? Digger, ich schwöre dir, sein Job hängt von uns ab, ne? Und der letzte Versuch drauf ankommen. Okay, Drakki fährt vorbei, sehr gut. Okay, was sieht bei dir noch nicht so gut aus? Ja, ich bin wieder, ciao. Alter, wie das bei dir aussah. Lieblich. Face to face, ich mag's einfach, Alter. Ich schwöre dir, es war die letzte Face to face, die ich spiele. Aber das Problem ist auch, dass du ganz am Anfang irgendwie so eine richtige Scheißkarra hast. Und dann kommst du einfach nicht weiter. Ich war ja schon dreimal hinten. Und jedes Mal werde ich kurz vorher weggeraßen von irgendeinem kleinen Chaco, Alter. Ja, ich muss es schaffen. Nein, nein, nein! Jetzt fliege ich doch ins Loch rein, glaube ich, ne? Die Fahrt extra zurück, nur mich zu knallen, ne? Was ist los mit denen? Ja, du kannst dich melden, wenn du das nächste Mal am Punkt, am Verwandlung auf dich warst und mich dann runterschiebe. Dann kannst du doch wieder was sagen. Ey, Junge. Digga, ich war wieder kurz vorm Punkt. Rampenauto kommt. Monstertruck kommt. Noch ein anderes Auto kommt. Nur um mich wegzuknallen. Ey. Ey. Du fährst immer durch die Mitte da, ne? Ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Ja, ich lande genau vor... Ja! Oh, nice! Alter! Jawoll! Ich bin mittlerweile so easy, letzter, Alter. Das hier, dieser Maxim. Der zerstört ihn. Wenn du ihn siehst und die Gelegenheit hast, zerstört ihn, Alter. Bin ich hier noch richtig? Ich bin jetzt hier rechts von der Tür. Der Maxim hat mich jetzt am ekelhaftesten zerstört. Bitte, 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 bitte. Komm, komm, komm. Das muss auch funktionieren. Aber scheint bei dir zu funktionieren, wenn du diesen Phantom-Typ die ganze Zeit bei dir behältst. Okay. Drakki rammt mich hier drin bei einem Speed. Äh. Nein, hier geht's nicht weiter. Fuck. Äh. Die ganze Zeit, Drakki rammt mich dann die ganze Zeit weiter weg, ne? Äh. Äh, hatst du nicht einen Bewahrer? Ist der dein Bewahrer weg? Ich weiß nicht, welchen Bewahrer hatte ich denn? Du hattest so einen Phantom. Ich kann nichts von dem Bewahrer spüren. Äh, okay. Ich spüre nur einen Drakki, der alles darauf... Ey, Junge. Nein, schon wieder? Drakki hat mich wieder letzte, letztes Stück vorm Punkt weggerammt. Und er war gerade noch lieb, muss man dazu sagen. Nein. Ey. Ich komm hier gerade auch nicht weiter. Ich bin jetzt bei Punkt 7 von 23. Komm, wir... Wir versuchen das jetzt wirklich mal zu sagen. Der Chat fordert sogar schon Kicks. Kicks sogar? Nein. Komm, gib ihn. Junge, es ist so scheiß unnötig, ey. Das erste Auto immer noch, ne? Ich finde auch, das Zurückfahren, das muss nicht sein. Leute, einfach nur nach vorne fahren. Ich hab das hier auch schon gesehen bei Leuten, die die ganze Zeit auf mich gewartet haben. Alter, da hat der Bannhammer, der hat zugeschlagen. Drakki raus, so schnell kann's gehen. So, wer will jetzt nochmal... Sag mal so, ich hab's nicht gefordert, aber verdient war's auf jeden Fall. So, ich bin hier. Da ist Tresher wieder, die kleine Ratte. Ich hab mich wieder fast ins Loch eingefallen, ne? Irgendwann fick's scheiße. So, ich bin endlich weiter. Ich bin erstaunt, was für ein hektiges geht, wir an den Tag legen. Halt deine Schnauze. Ich bin doch nicht weiter. Ich hab gerade noch ein Rampenauto gesehen, wollte ausweichen und fahr von der Straße, ey. Jetzt bist du selber runtergefahren, ey. Ich will nicht mehr. Halt deine Schnauze mit, ich will nicht mehr. Ich bin das erste Auto immer noch. Du bist das zweite. Ich bin das erste. Der erste Auto war ein ganz normales. Das erste war der Spawn, aber das ist ja kein Verwandler. Ich komm jetzt zum Zweiten. Dieser Maxim schießt schon mal ganz, als ich hier irgendwo mich wegramm, Alter. Digger Trail. Dein Arbeitsvertrag, den räucher ich jetzt gerade. Mal schauen, wie lange der in der Räucherkammer bestehen bleibt. Ach, Liberator. Kann ich mich an irgendwem rechnen jetzt, Alter? Ich kann mich nicht mal an Maxim rechnen. Der ist genau neben mir und es ist ein unterlegene Auto. Und ich kann nichts machen, weil ich mit dem Liberator einfach nur über ihn drüber fahre. Doch, du kannst das machen. Ich würde auch ein paar Mal vom Liberator weggehauen. Hey, Trail, Junge! Verpiss dich, geh mal nicht auf den Sack! Er hat mich gerade auch weggaunt. Nächster Weihnachtsmodus, den Trail zugeschickt bekommst, ist ein Paket voll Code, Alter. Ja, aber von uns. Nicht von Elefanten oder so? Nee, 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 von uns. Elefanten habe ich schon mal versucht. Das kam nicht an. Stimmt. Ihr bekommt handverlesenen Loser-Code. In einem Paket. Bei Wochen, halt. Nein! Oh! Oh! Geht zurück, wo ist der Scheiß Maxim hin, Alter? Oh, ja! Komm, bitte, bitte! Nein! Nein, Trail verpiss nicht! Nein, Ralf! Nein! Ralf! Niemals! Hahaha! Du kannst Kraft auch mal verschonen. Das ist der letzte jetzt. Echt? Ah, jetzt gefällt mir. Der hat mich mit mir getauscht. Laut Map ist er 9 Minuten 32 Minuten hinter mir, aber du bist fast 12 Minuten hinter mir. Bei mir ist er auch, bei der Zeit bei Ralf steht bei mir nur V. Ja. Kein Problem, was es heißt. ARIS! Ey, jetzt. Junge, ist das dein Scheiß? ARIS rappt mich genau vom Punkt runter. Pst! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah, hi Deko! Da bist du, warte! Bleib mal kurz stehen! Bleib mal kurz stehen! Ich fahr jetzt vor und ramm alles weg! Ach, es ist eiskalt zurückgekommen, um mich zu rammen! Ey! Deko, bleib reden! Ich will dich retten! Boah, was willst du mich retten? Hier ist niemand! Vor den Leuten, die da vorne irgendwo hoffentlich rumlungern. Los! Komm zu mir! Ich bin dein Bodyguard! Niemand kann was machen! Niemand kann was machen! Komm, jetzt! Jetzt fahr ich hier im Schneckencampo in der Marmine! Digga, wer ist dieser Panto, Alter? Bei mir sind zwei Kötchen, wir haben einen Akku im. Und wer ist das Trail? Irgendein Panzer ist da. Oh, beim Phantom kann ich nichts gegen machen. Oh, das war schon mal sehr gut. Digga, warum bin ich eigentlich der Einzige, in dieses Scheißlöcher reinfällt? Na, gerampft. Ist gerade so wenig los! Da sind schon nicht alle gekickt worden. Die waren halt da hinten auf uns. Oh, da ist wirklich nicht viel los! Kannst froh sein, dass du mich hast hier. Oh, den müssen wir weghecken, komm. Oh, fuck! Da ist Aris, das stört Aris. Ja, der hat auch einen Panzer, ich kann nichts machen. Ja, aber jetzt stört mich, bist du nicht mehr Bodyguard oder was? Hä, wo bist du denn? Okay, Papa kommt. Papa kommt. Der hat dreht um, wenn es zu spät ist, ey. Richtig nicer Bodyguard, ey. Wenn ich schon acht Schüssel drin habe, dann kommt er zurück. Komm, weiter! Oh, da ist ein Panto, den nehmen wir auseinander. Digga, wer bist du? Ey, ich nehme hier gar nichts, Alter. Komm! Federung von dem Scheiß Monster Drugs sind so random. Oh nein. Wow! Was? Ich habe Eisgeld gewonnen! Easy, Rektor! Ich dachte, du wärst aber auch weggestoßen worden, wenn du halbzinnig abgebrochen hast. Alter Schwede, Mann! Richtig nice, weg mit dir! Komm, weg mit dir! Ich schieb dir guten Phantom ein bisschen. Okay, schaffst du es? Ja, ne? Bis jetzt sieht es nicht schlecht aus, sagen wir so. Aber ich möchte gerne abbauen. Ja, haha. Hier. Alter! Der hat Eisgeld explodiert, wie geil. Ich bin vorm Ziel. Ist klar, Alter. Ich habe gerade die zweite Verwandlung gemacht. Auch da sind auch schon Eisgeld 20 Minuten drin, ey. Wie krass, bitte. Digga, 20 Minuten. Ich mache jetzt die dritte Verwandlung. Hier habe ich irgendwas Cooles? Was hast du? Hä? Bist du dich reingefahren? Oh, Phantom! Oh nein, wir rocken! Komm her, Baby, Alter! Digga, ich mache das mal eben hier ganz schnell. Der gefühl komme ich schon das ganze Rennen einfach Phantoms entgegen. Kua! Digga, jetzt ist hier Fullspeed-Bosser. Jawoll! Die können gar nicht. Als ob Trail schon wieder Panzer ist, ey. Oh, Alter, nice! Jetzt wird mir Fulltry on it! Ich hätte Trail gerne weggefickt, aber leider habe ich bei dem Auslatero gekackt. Ja, passt. Uschi! Kann ich eigentlich auch mal irgendjemanden... Ich habe noch keinen weggerammt bis jetzt. Was? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendwie auch alle weg sind. Ciao, Olev! Wo sind die alle? Ciao, Olev! Wie ist das denn im Ziel? Ja! Es tut schon gut, mal nicht der Receiving-Part zu sein. Aris hier. Aris! Digga, Aris muss jetzt einmal weggauen hier. Oh, Alter! Alter, Aris ist ein richtiger Spielball. Oh, den haue ich nochmal weg hier. Digga, den schiebe ich jetzt komplett zurück, ey. Achso, du bist das! Den Chaco, ey. Der hat mich genau vom Punkt runtergestoßen. Ja, los! Tja, Aris. Hättest du mal nicht gemacht, ne? Hättest du mal... Nein, 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 nein. Halt, stopp! Hol dir! Abbremsen! Papa, hol dir nicht, ich sag von der Seite. Verziehe ich, Trail! Lass mich auch mal treuen! Go, go, go! Aris hat das auch verdient, ey. Ah, ciao, Aris! Oh, und Max verdient! Der hat keinen Aufweg. Das ist zwar gerade erst sein Sport, aber der hat mich am Anfang weggekickt. Oh, jetzt krieg ich jetzt mal meine Rache, ey. Nein, weggekriegt die ganzen Rappenautos. Hört auf, Philipp! Junge! Ja, Philipp. Rappenauto? Yeah! Da kommt Aris wieder. Ich sag mal so, Aris. Ciao. Ramin! Hab ich. Er ist wieder weg. Wer ist das hier? Wer ist das hier? Den will ich haben. Ciao! Oh, das war Maxim! Oh! Oh, der hat's auch verdient. Ja, das ist gut. Seht nicht. Aris, wieder ciao! Oh, Maxim. Maxim will ich mir auch noch mal. Das wird der... Muy interessante. Muy, muy. Muy, muy, Maxim! Hallo! Was bist du? Ich bin immer auf der Phantom. Ich hab umgedreht. Was? Um mir Maxim zu schnecken. Okay, warte. Nein! Nein, ich hab auch verkackt. Aris, dein Arsch gehört mir. Aber okay. Alles nochmal neu zu fahren mit dem Phantom. Macht Spaß. Jetzt kann ich mich ehrlich mal ein bisschen rächen, Alter. Jetzt kommt die Kantenmöbe, Alter. So, Aris, einmal bitte. Ciao! Alter, was war das schon wieder? Irgendwer explodiert? Alter, der wurde einfach mal komplett aussortiert. Oh, Extreme Gamer muss man eigentlich auch rasieren. Der hat's auch nicht anders verdient. Alter, die Aussortierer sind so nervig, ey. Ich will wissen, wer gewinnt. Ja? Ich bin das Rappenauto, du bist der Phantom. Los, komm. Go. Okay, du hast gewonnen. Ja, naja. Mehr oder weniger. Ich bin auch untergebrochen. Oh, ich dachte, ich geb mir ne Easy. Ja, ich hab's noch mal von vorne. Hallo. Es läuft zwar gut, aber die Karma-Schelle des Grauens wird kommen. Das ist für mich jetzt, oder was? Warum Karma? Ich geb nur zurück, Alter. Wer hat das geschrieben? Ich hab am Anfang, äh, Flo. Hab ich auch nicht mitbekommen. Ich hab das jetzt richtig an der Kamera. Ich hab das jetzt nur auf die Schlauze bekommen, Alter. Jetzt kann ich mich eigentlich mal rächen. Ich kann was zurückgeben von dem schlechten Karma. Oh, Trail. Oh, Trail! Ciao! Und hier, Jungsos. Jungsos. Wen haben wir hier? Irgendwelche Panzer. Den nehmen wir auch mit. Oh, das Maxim? Leider nicht. Nice, nein. Nice. Oh, zah. Ich werde mich auch gerne geholt, aber... Oh, juh. Schade, not. Nein. Nein. Oh, da kann auch Maxim, oder? Nein, Philipp. Ah, scheiße. Ich muss einmal kurz drehen. Hier kommt wer. Oh, wen haben wir denn hier? Bananen? Hallo. Oh. Leute. Das gilt die A, ey. Ah, den müssen wir vielleicht auch nochmal wegkicken. Alter. Alter, das ist immer noch ein Sporn. Nein, das war nicht. Ich hab mich auf den Punkt zurückgestoßen. Nein. Das Ding ist, mit dem Phantom genau vom Punkt weggestoßen zu werden, ist nicht ganz so wild. Ja. Weil ich bin immerhin hier nicht so wehrlos wie am Anfang mit dem scheiß Disco-Auto. Ich werde jetzt nach vorne tryaden. Jetzt geht's ab. Hallo. Hat der nächste Bannhammer zugeschlagen, Philipp? Oder nee, Philipp war ja schon ganz am Anfang im Ziel, ne? Glaub schon, der war schon im Ziel, ja. Vielleicht ist er aber rausgeflogen. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Das ist fast im Ziel, den müssen wir noch holen. Aha. Wer seht denn hier meine leuchtenden Augen? Hallo, Maxim. Du bist da genau vom Punkt. Oh, schade, Digga. Das ist aber echt unglücklich. Muss ich sagen, dass du jetzt mir begegnest. Oh. Oh, Maxim, Alter. Hallo. Hallo, Trail. Hallo. Ah, da ist er ohne. So ein richtiges Leuchten im Gesicht, ey. Oh, Junge. Das hat gut getan, Maxim. Das hat gut getan. Oh, 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 oh. Jetzt hab ich mich endlich, ich fühle mich jetzt komplett gerecht. Für deinen Troll. Digga, Ulf. Du hast mich einmal vom Punkt weggeholt. Ich nehm dich richtig auseinander. Ja, was macht er hier? Trail ist so ein Kek, kann ich unterschreiben. Trail ist ein richtiger Kek. Was denn? Oh, Trick 17. Magus ist Joe? Ja. Ey, lass uns mal nicht dein Ernst. Oh, oh. Schade, jetzt ist es mir zu blöd. Ich bin ja viel zu schnell. Hä, was ist mit ihm passiert? Kuckuck. Hä, wo fiel ich er denn lang? Hm, wen haben wir denn da? Bist du der Panto jetzt? Hallo? Eko? Was? Ne, das ist Ralf. Ich bin auch ein Phantom. Ich fahr die ganze Zeit als Phantom hier lang. Hallo? Aber nein, lass ihn durch. Guck mal, ich bin jetzt nicht mehr lieb. Ich hab nicht im Kopf, dass er mich getrollt hat. Deswegen. Ach, fuck. Jawoll, haut euch weg. Ah, der macht los. Ist der Schlong hier lang vorne dran? Boah, den muss ich auf jeden Fall noch wegkicken hier, den Ralf. Warte, ich warte noch ein bisschen und jetzt. War hier gut? Nein. Ein bisschen muss ich noch, ein bisschen muss ich noch. So. Nein, ey, das war auch so Karma, Alter. Ich komm gerade einfach keine drei Meter mehr weiter, ey. Und das ist doch, wo ich den Phantom habe. Ich muss jetzt den mal weitermachen, wirklich. Warte, einmal will ich noch jemanden weghauen. Der ist gerade am Ziel, der kann ich eh nicht machen. Trail. Hallo, Trail. Ja, gut so, Olaf. Warte, ich komme. Hallo, Trail. Nein, zurück. Umdrehen. Komm schon, wir stoppen uns. Krabbenautos, Phantoms. Funktioniert euch. Ich respawn schnell. Nein. Den Trail müssen wir holen. Den Trail muss ich holen, Alter. Ja, er kommt mir so. Ah. Oh, oh, oh. Komm, 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 komm. Oh, oh. Oh. Nein, 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 lass dir nicht durch. Nein, der hat es geschafft. Wer? Trail? Trail. Warte, den schnapp ich mir. Ah, nee, er ist durch. Fuck. Er ist leider durchgeschafft. Ich stand hier gerade mit zwei Rappenautos. Aber wir haben nicht geschafft, ihn über die Mauer rüberzukriegen. Der hat schon mal Geschichte. Bam. Der hat auch Geschichte. Oh mein Gott, jetzt werden ganz viele das Game. Oh, oh. Jetzt müssen wir uns ein bisschen hier... Es ist euch vorbei, jetzt, Alter. Ey, Junge. Na, scheiß Aussortierer. Oh, hallo Marvin. Hallo. Hey. Ich würde dir... Ich hänge seit 10 Minuten und bin nicht mehr bei der Kompassi-Aussortierer hier. Okay. Aber ich wundere mich, dass ich gerade gewonnen habe. Hm. Hallo. Was kommt als nächstes? Da habe ich die Gelegenheit gehabt, hätte ich dich geholt. Ich weiß, ich weiß. Und... Er ist nicht ganz so schnell, dass ich die Scheiße ausziehe. Ein Phantom. Wo bist du? Nein, Phantom. Ich brauche dich. Bei was? Bei dem Support hier. Ich bin immer noch letzter Alter. Raffes Eis. Nein, oh, der ist auch durch. Digga, es wird schon wieder peinlich. Nein. Jetzt, jetzt schnell. Digga, warte mal, wir schauen mal kurz. Ich glaube, es sind wirklich nicht mehr so viele. Es sind die meisten im Ziel, ja. Bananen-Kondom. Ja. Einmal platt gemacht. Oh, wer kommt da an? Zehn Leute sind noch unterwegs, circa. What? What? Du sollst Frieden sagen. Ich will aber nicht. Wo bist du denn? Ich bin jetzt kurz vorm nächsten Verwandlungspunkt. Oh, endlich nach vorne tryharden. Okay, was bin ich jetzt? Jetzt bin ich im Panto-Janis, klar, Alter. Oh, hi, Diko. Ich glaube, ich werde den nächsten Verwandlungspunkt nicht mehr sehen, bevor das Rennen zu Ende ist. Oh nein. Oh nein, der kommt Trail. Oh nein, der kommt Trail. Nein. Diko, ich habe das Auto, was du die ganze Zeit gefahren bist. Du Disco-Marcel hast? Ja, warum, Alter, warum? Das ist so eine Scheißkarre. Ich will endlich nach vorne. Warte, wann kann ich hier rüber springen? 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 Boah, es hat sogar funktioniert. Fuck, 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 fuck. Hallo, hallo? Oh, oh, da kommt ein Panzel. Oh, oh, das ist nicht gut. Das war so nett. Nein, Bananen-Kondom. Nein! Oh. Okay, aber ich muss sagen, das war Karma. Ja, glaube ich, Bananen-Kondom. Es war nie wirklich mit voller Intenz, aber ich habe ihn immer so nebenbei mitgenommen einfach. Habe ihn runtergestoßen, kurz vor dem Punkt, und jetzt hat er mich zerstört. Warte auf dein Freund. Warte auf. Du bist zu langsam dafür. Helfen Sie mir, junger Mann. Ich kann mich sogar noch hier fassen, wie bei... Oh. Oh nein, da ist ein Panzer. Ich muss ausweichen. Wo fährt er lang? Hier fährt er nicht lang. Okay. Puh. Okay. Das erste Mal sind wir schon mal ausgewichen. Oh, 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 Junge. Zerstört habe ich dich, Alter. Ja, als ob jetzt Bananen-Kondom die ganze Zeit hier wartet, bis ich komme, oder was? Oh nein. Nein! Fentum! Hey. Hey, Digga, Fentum ist auch so ein dreckiger Bastard, Alter. Digga, keine Chance. Er war eben gerade schon... Er war eben gerade schon in Rappen-Auto und er war jetzt einfach mit dem Rappen-Auto wieder vor dem Punkt, ne? Ja, ja. Anstatt aber dann scheiß Rennen zu fahren. Ey, das ist so unnötig. Wer war das? Phantom Ah, er hat gesagt, du hast nicht Frieden gesagt Ja, ist doch scheißegal, Alter Von mir aus ramme ich, aber fahre mich mit dem Rampenauto die ganze Zeit rum, Alter Dann fahre das Rennen richtig Nein, nicht der nächste Und dann einfach zu respawnen und mich dann vor den Punkt nochmal zu holen Einfach richtig low level Digga, ey, das kann doch nicht dein Ernst sein Ja Nein Nein Ich muss dir ehrlich sagen, ich bin gerade ganz froh Dass ich besser durchkomme als Marvin Ey, die Leute warten jetzt die ganze Zeit auf mich Und ey, ich komme einfach nicht weiter Ich bin auch gerade dreimal mit dem Ponto abgefangen vorher Oh, mein Leben Ich schaue mal eben, wie weit ich bin Oh nein, das ist nicht der LKW Wir sind jetzt, äh, ja, ein bisschen mehr als die Hälfte Vom Punkt her, oder was? Also, wie viele Punkte hast du? Ja, die sind schon bei Punkt 17 Was? Ich bin bei Punkt 11, Alter Ja, da musst du noch ein bisschen Ach was Digga, wie hart ich aber weggefickt wurde, ne? Dass du bei Punkt 11 bist und ich bei Punkt, äh, andersrum Du bei 17 und ich bei 11 Das ist wirklich ein einseitiges Ding hier, glaube ich Nein, da ist schon wieder der Panzer Digga, ich kann einfach nichts Mach schon wieder Bananenkondom, ne? Er nudelt mich die ganze Zeit aus Ja, jetzt kannst du dich zerbauen, oder? Maximal verbeten sofort Natürlich, Raphael Wäre richtig schlecht, wenn das sein Bruder ist, Alter Er nennt sich einfach danach, dass sein Bruder PC-Verbot hat Nein, nein Wo ist denn Marvin eigentlich? Du kommst ja gar nicht Oh nein Oh nein, nein, nein Er gibt alles, um ihn wegzuräumen, er gibt alles Jaaaaaaah Hahaha Digga Aaaaaaaaaaah Digga, trail Trail schottert mich mit dem Rampenauto Nach oben Ich lande und explodiere Ich find's geil Digga Muss ich sagen, ich find's geil Ich so überhaupt nicht Ey Digga, dann fahrt mal jetzt, wenn es alle ins Ziel Da wird sich der Scheiß hier erledigt hat, ey Aaaaaaaaaaah Jetzt warten hier vier Rampenautos Okay, ich übertreibe ein bisschen Es sind nur zwei, aber Haha, zwölf Sie warten hier auf mich Um mich wegzupicken Warte mal Vierzehn Es sind auch eiskalt jetzt noch neun Leute hier unterwegs Aber das Problem ist, die meisten sind schon im Ziel Und warten jetzt einfach nur mit ihrem Rampenautos Oder sonst irgendwelchen geilen Karren Aaaaaaaaaah Komm jetzt einfach nur nach vorne, Tryhard Los, 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 los Aaaaaaaaaah Bitte nicht Aaaaaaaaaah Erlöse mich Nein, verpiss dich Raff, Junge Wir sind noch die beiden letzten hier Wir müssen noch zusammenhalten Oh ja, ich kann nach vorne kommen Jetzt geht selbst Raff auf mich drauf, ey Ich kann nach vorne kommen Er hat auch keine Gefühle mehr Ich war noch nie so weit Noch nie war ich so weit Hyped, hyped Hau mal Marvin weg Ich weiß nicht, was jetzt meine Anweisung war Meinst du hat mich so schnell gehört? Ich muss sagen, das war lustig Ich hasse dieses Auto so weit normal Das bin ich die ersten 20 Minuten gefahren Warum? Nein, 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 nein bandei Verdient Brudner verdient ich dachte ich mache gerade einfach mal den franklin und kriegst die leute aus oder trotz aber das ding ist jetzt ich habe jetzt auch schon vier vier rampen autos die da auf mich gewartet haben das heißt ganz ehrlich die leute soll noch in ziel ich habe jetzt auch nur verkackt weil max immer pc verbot der typ der mich am anfang schon kurz vor punkt weggeräumt hat habe ich gerade mit dem rappenauto erwischt und deswegen bin ich im loch gefallen hier sind nur noch ab und unterwegs 33 rampenautos auf jeden fall ach schon mal nicht mal sehr gut nein nein nicht im loch nicht im nicht genau im loch nein raf ja redig ja extrem gamer monster grüße zurück in die schweiz bitte erlöst mich kann ich nicht sagen wir einfach ins ziel fahren sollen ende ende fahrt einfach ins ziel und lasst uns zurück ganz ehrlich das hat trey verdient ja das geschieht ja bitte 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 ramin weg los ramin weg ein weiteres rampenauto oh ja ich war derjenige der wami gefickt hat oh ja okay das war ein würdiges ende jetzt ist feierabend hier jetzt ist feierabend wenn zufällig jetzt gta abschmiert wäre das in ordnung du musst einfach reinfahren alter sieh mal zu jetzt fahrt rein da ich hab hier wirklich drei leute hab ich hier ihr habt uns genug vergewaltigt ja wollt zurückkommen nein nein Deko ja easy der hat dich sogar extra seitlich gerammt damit du seit runter fliegst ja du kriegst mich eh nicht ey was für einen Lappen komm doch her du Lappen komm doch her ja easy ja easy überlebe ich noch es war Hyped es war nicht Deko naja ich hab Hyped geschoben von hinten das muss man sagen wir haben es geschafft ich geh mir trotzdem mit aua auf welchen Platz ich hab das erste mal ich war letzter verdient Digger verdient aber sowas von ja er kommt mir so alter Digger ich musste am Anfang dann wird man einfach übertrieben hart einstecken das war schon Digger das einstecken musst du auch immer abends Digger wenn Dietmar zu Besuch kommt hallo Digger aber das verdient ich mir erst noch Geld und bin ich froh dass das vorbei ist Digger aber das anstrengt bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal